Moin Leute, Willkommen zum Video. Hier sind wir bei God of War. Wenn ihr meine anderen God of War Videos nicht gesehen habt, jetzt dann gerne auf die Playlist klicken. Wenn ich das nicht vergesse rein zu machen. Oder einfach auf meinen Kanal auf die Playlist. Oder einfach am Ende des Videos auf die Playlist gehen. Ihr könnt alle anderen Videos anschauen in der God of War Reihe. Auf jeden Fall ist es so. Oh, ich hab doch so'n Ding, dachte ich. Oh. Kennen wir nicht. Egal. 500 Meter muss ich laufen und ich kann fast werden, weil ich aus irgendeinem Grund nicht bin. Oder ich schalke halt nochmal ganz kurz. Nur um sicher zu gehen, es ist schon sehr nervig der wieder hoch zu laufen. Nein, es ist immer noch gesperrt aus irgendeinem Grund. Wie sollte wir hide wo wir sind? Secrets are Odin's way. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets, too. For good reasons. To protect people. Es ist wiser to be discreet. Das bedeutet nicht, dass du liefst. Oder deine Familie. Ich bin sicher, Sindri würde verstehen. Hey, Sir. Solad! Excited to finally see the Land of the Giants? Ja. Also sad the journey is almost over. Oh, what if we get to Jotunheim and there aren't any Giants there either? Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh, God. I'll vomit. I'm not kidding. I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh! I can tell you a thing or two. About family matters. Oh! Let me guess. Your brother isn't as talented as you. And his work is junk. Um, those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about. Over and over. Do something about it or shut up already. I see. Yeah! We're sick of hearing about little people's little problems. Yeah, how arrogant is he actually? Where is the Skank? Alright. I've heard a little bit. Let's have a look at your gear then. Oh man. Dude, the Skank is sick. I have to get the Skank. I feel like I'm going to get better. That's so wild, dude. Oh, it's... It's... It's raining and it's raining. It's great in the near. I'm so excited. I guess I can muster the energy. Okay. It's actually not so exciting. But... You know what I mean. It's raining. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. I don't have it. I don't have it. I have no frost flames. Can I upgrade the Brustwurst to upgrade? That I have given me. Where am I going with? Of course. Why am I going with my arms at the ground? Home Ep Mehr oder weniger schöne Typen. Ah, die entdecken mich zuerst, oder? Alter, was macht der denn da? Das ist der... Sjafralteimstein. Ich glaube, wenn man das ist, wenn man das ist... Nein, das ist der Ding. 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 Oh mein Gott! Das ist der Ding. Also langsam. Ich frage das. Was? Dass sie nicht ein Gott? Sie war besser als ein Gott. Und du sollst sie nicht. Was ist das? I think I used to feel bad killing these guys. Yeah, this is good. It's going to get the use. Vimir, if you knew all along that we were gods, why come up with a story about Odin trying to follow us to Yodinheim before we get there or whatever? Isn't it a lot simpler if they want us dead because we're gods? And they think we're a threat? I suppose we can't rule it out. But Odin's ways are subtle and his purposes are... Don't laugh about Odin and his whole stupid family. Whatever. It's really good, now it's gone with the owner of Mimir, I don't know if it's hacked. Ah, bad. I can still do that. You and Mother always said all gods were evil. But we're not. Tita wasn't. Rea neither. The Aesir gods, that's who's evil. And you know what? Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst. And he's dead. They're no better than us. And they're gonna be sorry, they picked this fight. I think it's the only thing that is. I don't know if he was like, I don't know if he's dead. But I don't know if he's dead. I don't know if he's dead. Oh mein Gott, Seger. Was ist denn mit ihm passiert? Seger, der ist... Das ist so böse, aber... Ich hab mein Kleid mit ihm, you know? Er ist gebeten. Nicht wert zu töten. Er sollte, was er gesagt hat, über meine Mutter. Ich sagte, nein. Aber wir sind Gäste. Wir können, was wir wollen. Das ist nein, das ist nicht. Oh mein Gott, Seger. Das ist so böse. Das ist so böse. Das ist ein viel besser Knife als Mutter. Das ist so böse. Das ist so böse. Das ist so böse. Du bist so gut, so gut. Ich will dich zu töten. Ich will dich zu töten. Aber in der Gegend von dir. Du hast nie eine Indulgence. Niemand hat ihn gehalten. Niemand hat ihn gehalten. Was ist die Unterschiede? Es gibt eine Worte für ein Gott. Warum? Wie du wissen? Wie du wissen? Wie du wissen? Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Geistesgank, Digga. Also, mit der Teo bestimmt wirklich was nicht. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Jetzt können wir nicht. Geisteswissen über dich, Junge. Wenn Modi uns gefunden hat, Balder kann nicht weit. Du kannst. Ich habe auch einige Worte für ihn. Nein, du kannst nicht. Du kannst ihn mir nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Das ist das, was wir unseren Zähnen machen. Weil er auch für uns macht. Ich werde nur was, was notwendig ist. Und ich werde helfen. Nein. Man kann jetzt über den Umweg hier hochkommen. Das ist sehr interessant. Haben sie sich gut ausgedacht. Weil der Ding ist ja kaputt. Der Aufzug. der ist auch einfach. Er trifft dir ganz rein, deswegen. Der Impel. Das ist einfach. Der ist auch einfach. Aber es hat sich schon immer ganz renner PLAGE. Aber es ist nur noch nicht mehr. Einmal noch dennoch. Geh! Back to hell! Hey, what do you think about these torches? The men don't need light. Shhh! Eyes open. Ugh! Das ist ein bisschen von einem Kursler. Hier ist es. Ich hoffe, dass Alphioss nicht wie bei mir wird, dass er sich in einen menschlichen FN angriffen hat. Aber wir lassen ihn durch, weil er dem Aufzug zurückkommt. Oh mein Gott! Alphioss hat ihn nicht vorher anlockt. Wo kam die her? Oh mein Gott! Er schluss jetzt keine Pfeile mehr, wenn ich sie mit mir. Das ist ja auch sehr interessant. Er attackt ihn nach seinem eigenen Bild. Oh mein Gott! Das ist ja mal sehr interessant. Das ist ja auch ein Kaffee. Er hat eine Kaffee. Er hat eine Kaffee. Er hat eine Kaffee. Er hat eine Kaffee. Respekt, was du garst. Ich hab keine Warte dafür. Ah, hier geht's was weiter, interessant. Was gibt's? Entschießt er vielleicht ein Befehl, wenn wir fehlen. Hä? Hä? Ach so, ich kann die wahrscheinlich wegbinnen. Mit meinem Ding. Okay. Ja, natürlich. Ich hab nur gedacht, wenn ich so raus muss, dann etwas von den Pfeilen machen. Ja, also ich hab mehr EZs im Gipfel noch Probleme. Ich hab keine Worte. Wer hat noch jemanden? E4 Magnum? Wie viele? Ich habe mich gehört. Und diese sind nicht die Befehlungen für eine Diskussion. Nicht schiefst mich, Junge. Okay. Komm her. Guess was? Ich weiß alles, was ich jetzt muss. Ich habe nichts anderes zu lernen. Ah, congratulations. Ich weiß. Ich weiß, dass du so viel... ...arroganter und ich weiß es nicht. Ich wäre aber schlechter geworden vom Charakter her. Nachdem ich ihn lieber ein gesagt habe, sonst hätte ich ihn nie erwartet. Sehr wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich von Anfang an ehrlich gewesen wäre mit ihm. Ich denke, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das für mich. Gehen wir weg! Danke, watch out! Du hast einen Kiel, der Schicksal! Ich sehe es. 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 Brüder, bemerkt. Die Tunnel, die ich in den Wäldern gesehen habe, zeigen die vorigehen Drogenaktivität. Wir haben schon diesen Drogen geklärt. Ah, danke dann. Wie geht das? Was auch. Ja, woher? Deswegen, er kann selber was gar nicht glauben. Es war Drios, dass er wirklich die falsche Herangehensweise an die ganzen Sachen. Er ist irgendwie nervt, die Gegenstände hochzusammeln. Weil vorhin hat er wenigstens wieder geschossen, als ich es ihm gesagt habe. Vielleicht ist er noch nicht ganz verloren. Aber seine Einspielung ist auch viel besser. Ich habe den Stil. Ich bin der Stil. Das bringt bestimmt viel. Ich bin der Stil. Ich bin der Stil. Wir sind hier. Sparten, Sparten, Sparten. Wir sind hier mit den Schaden. Wir sehen uns selbst in Sparten, Sparten, Sparten. Wir sind hier mit den Schaden. Das ist schon ein Geist, das ist wirklich... Ich weiß, dass ich nicht mehr an ihr besiegen kann, der ist zu gefährlich. Ich hab drei E-D-D-D-D-D-D-D. Ich hab drei E-D-D-D-D. Jetzt noch da muss ich wahrscheinlich jetzt reinholen. Das funktioniert jetzt so schrecklich. Ich will jetzt den ein-D-D-D-D-D-D-D. Wann schaue ich mir mit die Achsen? Das ist dafür wahrscheinlich so besser. Ja. Ja, klar, das war nicht so schlimm. Ja, defensiv, wahrscheinlich. Ja, das war für euch nicht so okay, das war nicht so schlimm. Ja, das war nicht so schlimm. Ja, das war nicht so schlimm. War das so knapp. Momentan vielleicht ist das Postflamme. Nee, da komme ich nicht. Schade. Und du übelst dir eine Kopie, jedenfalls. Das ist schon crazy. Ist irgendwas richtig? Ja. Geht's weiter. Ah ne, aber Moment, da geht's doch nicht weiter. Das ist noch axelbert hin. Hier muss es doch irgendwie weiter gehen. Oder auch nicht. Ach doch, hier geht's weiter. Doch nicht. Hüftrüstung. Das würde halt meine Wunen stark nerven. Keine Ahnung. Sieht das auch nicht so gut aus. Was? Ähm. Ja, ne? Da hinten müssen wir hin. Ja, da geht's echt schnell weiter. Was ist vor? Irgendeine Tasse. Was ist vor allem? Ja, das heißt nicht whatever, das heißt ja klar ewig auf. Kann der sich mal beeilen? Und die anderen kann ja. Alles klar, Jungs. Oh, ich bin endlich wieder hier. Der Gipfel. Was ist denn das hier? Was will ich in dir gerne? Alter! Was ist denn das? Was ist denn hier? Ich bin der Räger! Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin der Räger! Ähm, das war nicht die Lose, die wir haben, zuerst natürlich aus. Schauen wir mal was drin ist. Wir sehen auf jeden Fall geil aus. Niefelheim schief geteilt, weiß ich jetzt nicht, ob wir waren. Weltenstaub. Damit können Eigenschaften verschieden und das Mann erwischen. Wie viel besser denn? Hab ich schon mal irgendwo gefunden. Wir wollen uns die Schuhe da hinten holen, wir wollen uns die Schuhe da hinten holen. So viel Zeit haben wir schon noch. Aber wir müssen da hoch, oder was? Hä, wie unnötig, dass sie da nur einen Stein hingetan haben. Die Karte ist wenigstens in Ruhe. Kann sich so Grip mäßig? Bindet ihr der Teos alte Rüstung besser, oder der Teos neue Rüstung besser? Ein Gartes alte oder ein Gartes neue Rüstung? Komm schon, ihr zwei! Der Silenz ist zu nerven. Das ist eher so iconic. Wenn es nicht mehr so gut ist, dann ist es nicht mehr so gut. Aber dass sie nicht mehr so gut ist, ist es nicht mehr so gut. Aber ihr habt ja schon an die Karte zu nerven. Auf, was ihr habt. Für mich ist es einfach so gut. Wie bei mir ist es, aber es ist einfach nicht mehr so gut. Oh, ich kann jetzt endlich nach Jortenheim. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Slant der Riesen. Ja komm, der hätte ja schon eine bessere Animation machen können, wie er das einritzt. Ich bin wie auch immer. Ach, ich mache es hier noch mal besser, ja dann passt. Hä? Du schickst nicht. Hast du, ich muss einfach nur nachfahren oder was? Du schickst wirklich nicht. Ich glaube, ich muss in die vier Teile, dass wir jetzt nicht gehen wollen. Ja, ja, passt. Alter, das ist so dramatisch groß. Das ist endlich der Gipfel. Wir sind schon die ganze Zeit hinweg. Beautiful, isn't it? What I remember once. Brother, look out! Oh mein Gott, mein Mann. Woher kommt der denn her? Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Jetzt ist der Eintritt, oh mein Gott. Run, boy, cross the bridge. No, ich bin ein Gott, too. Ich kann das tun. Get off of him. Really? Segal, bald, oh, mach die Scherze, ich hätte mir noch mal nix, segal. Ja, der Eintritt hat sich auch so rein. Walter, lass ihn gehen. Take me instead, ich werde mich auch... Shut up! All this time I thought I needed you. Wer hat das denn sogar mit mir? You're just mute. Turns out, the boys, the brains. Oh, das ist ein Gott, von der Eintritt. Ah, 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 ah. Segal, segal, jetzt hat er das Tor zerstört. Oh nee, digga. No, you broke the gate. That was the only way to Yotenheim. Stupid son of a bitch. Aber dann kann auch nicht Beidou nach Jotunheim, das ist ja klar, der ist also so. Ja, bei all means, Junior, run away. Let's add, he do all the heavy lifting for you. Let's go! Calm down, boy! You are not ready for this! I am not ready! Digger, ist ein Führer ist bescheuert oder so? Wie dumm kann man sein? Und hier dachte ich, meine Familie war verbrannt. Er schießt ja mich an, Digger. Oh mein Gott, das ist so. Sein Vater ist lieb, aber du bist weit von Rey. Dann wärst du so kind. Das ist doch gar nicht mit Dax. Oh ne, der stiehlt nur noch ein Bier ist, Digger. Der wird zugeschafft. Oh mein Gott, Digger. von Skydiving. Oh, der Drache. Das muss ein anderer Drache sein. Meiner hat ja recht, aber Drache kürzt dich. Oh mein Gott. Der wird ja so genau. Drache. Oh mein Gott, das ist ein Führer, Gerniger. Oh mein Gott, das ist ein Führer in Gernig. Da ist er. Digga, ich drück's nicht zur richtigen Zeit. Digga, ich reiß du raus! Oh mein Gott, Digga. Digga, wieso kann ich nicht hinten? Digga, ist das dumm, ein beschwertes Game. Ich kann ihn nicht hinten! Ich kann ihn nicht hinten! Ist das Game, dumm, ist das Game, dumm, ist das Game, dumm. Geil, ist das Dank. Ich kann ihn nicht hinten! Oh mein Gott, endlich! Dummes Game, dumm ist das Game, den wir hinten gehabt haben. Jetzt werde ich hier auch noch gekriegen. Ja, ohne Sinn, weil ich ihn nicht hinten kann. Schlecht programmiert, ey! Und ich kann auch nicht gescheit ausweichen. Oh mein Gott, endlich! 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 Oh mein Gott, ich weiß nicht, kann ich nicht. Endlich! 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 Ich habe einen ewig Nebfinger getrunken, ich habe einen ewig Nebfinger getrunken, ich habe einen ewig Nebfinger getrunken, aber ich war ein bisschen weiter. Okay, ich bin derjenige, der hier unterfährt. Das ist natürlich nicht so gut. Oh mein Gott, Digga! Ich lande hier einfach, oh mein Gott, oh shit! Entschuldigung, das ist an die Cinematic. Ich renne hin. Ich kann nicht viel schneller rennen, wahrscheinlich höre ich so nach unten. Oh, da ist auch die Welten-Schlange wieder. Ich nicht. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. So be it. Baldur! Nein! Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill them. You know I will. What did you do? Ich bin derjenige. Noi, boi! Gott! Ich muss auch rennen. Ich bin zu Ende, Alter schon mit ihm hierherz, Liga. Das ist grazy. Alter, kein SIRS hier. Das war nicht der beste Move. Oh, ich hab ihn doch nicht verloren. Ich hab ihn doch nicht verloren. Ich hab ihn doch nicht verloren. Du wirst ihn nicht verloren. Du wirst deine Mutter und verabschieden diesen Weg, du hast dich entschieden. Es ist nicht zu lange. Diese Diskussion ist weit weg. Wir sind hier wegen dir, Junge. Du wirst nie vergessen. Wir haben einen Heiheim. Ich hab ihn doch nicht verloren. Das sieht so aus. Edgar hat es natürlich auf keinen Fall. Edgar hat es natürlich auf gar keinen Fall, da er erst gerade wollte, dann die ganzen Götter gleichzeitig jumpen können. Ich kann so den Heartbeat hören, weil ich so low bin. Das ist crazy. Auf jeden Fall, weil du hast zurückgekommen. Megageiler Fight. Ich wär fast gedeiht und hab's dann noch mit 1.5 viel geschafft. Like und Abonnent hauen und... Tschau!